Wir danken Gott für diesen Abend. Ich möchte den Pastoren danken. Die Kirchen, die heute Abend alles vorbereitet und dafür gebetet haben. All den leitenden Personen. Auch für die Ordner heute Abend, die Seelsorger. Alle Mitarbeiter, die hier in dieser Halle tätig sind. Es ist ein wunderbarer Abend gewesen wie Sie. Now, the Newsboys are going to be coming back in just a few minutes. Wer das jetzt wisst, die Newsboys kommen nachher wieder. And Michael Tate, der Sänger, ist ein großartiger Freund gewesen seit vielen Jahren. Aber bevor er zurückkommt, möchte ich noch ein paar Worte mit euch wechseln. Über etwas, was von größter Wichtigkeit ist. You see, all of us are going to have to spend before God one day. Jeder von uns wird eines Tages vor Gott stehen. Und Rechenschaft ablegen für sein persönliches Leben. Und dann geht es um Himmel oder Hölle. That's right. Und wir haben heute Abend eine Entscheidungsmöglichkeit. Und ich möchte, dass ihr genau zuhören bei dem, was ich jetzt sagen werde. Warum solltest du die Gedanken über deine Seele machen? Es geht um den Geist, der in dir lebt. Warum sollt uns das beschäftigen? Und der Bibel lesen wir, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden nimmt. Oder was kann ein Mann für seine eigene Seele, ein Mensch für seine eigene Seele geben? Und worum geht es hier bei dem Wort Seele? In der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen schuf. Und dann hat er seine Nase, den Lebatem des Lebens, eingepauft. Und in der Bibel lesen wir auch, dass jeder Mann ein Lösegeld für seine Seele geben muss. Und wir lesen an anderer Stelle in der Bibel, dass es nur durch Blut möglich ist, Erlösung zu finden. Und Gott sagt, hör auf mich, damit deine Seele lebt. Und ich möchte, dass ihr heute Abend zusagt. Dass deine Seele lebt. Es geht darum, dass deine Seele lebt. Und ich möchte euch noch einladen. Wenn du nicht sicher bist, dass deine Seele sicher ist, in Gottes Hand, dann möchte ich dir in wenigen Minuten eine Gelegenheit geben. Und werde dich einleiten, dass du aufstehst. Und hier nach vorne kommst. Und indem du hier nach vorne kommst, drückst du aus, Gott, ich bin ein Sünder und ich komme, um eine Vergebung von meinen Sünden zu empfangen. Und indem du nach vorne kommst, drückst du aus, dass ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Jesus ist aus dem Himmel auf diese Erde gekommen. Um uns von unseren Sünden zu retten. All of us have sinned. Wir alle haben gesündigt. All of us have fallen short of God's standards. Keiner von uns erreicht Gottes Ansprüche. Wir sind schuldig. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat dort sein Blut vergossen. Er ist um unsere Sünden willen begraben worden. Aber am dritten Tag hat Gott seinen eigenen Sohn zum Leben zurückgeholt. Er ist nicht tot. Er ist alive. Amen. Amen. Und wenn du dir heute Abend nicht sicher bist, dass deine Seele sicher und geborgen in Gottes Hand ist, dann bereite ich euch noch vor, in jedem Augenblick, um hier nach vorne zu kommen. Dann kannst du eine klare Entscheidung treffen. Die Seele ist etwas anderes als der Körper. Der Körper ist erschaffen worden aus dem Erdboden, aus dem Staub. Wir haben etwa 206 Bohnen. In seinem Körper gibt es etwa 200 Bohnen. Noch 100. 600 Bohnen. Aber dein Körper ist nicht ein wahres Ich. Aber unsere Seele lebt in unserem Körper. Und ab und zu schaut, die Seele schaut durch die Augen raus. Sie hört durch unsere Ohren. Aber das wahre Ich wird nie begraben werden. Du bist eine unsterbliche Seele. Deine Seele wird genauso man lieben wie Gott. Also lesen wir in der Bibel, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt. In den Nachrichten hören wir sehr viel vom Cyberspace. Oder auch den Weltraum. Raumstationen. Oder darum geht es nicht um den Weltraum. Oder auch nicht um den Cyberspace. Sondern es geht um den Raum, der in uns ist, dort wo unsere Seele zu Hause ist. Gott hat uns erschaffen. Er hat uns in seinem Ebenbild erschaffen. Und er hat uns eine Seele und einen Geist gegeben. Adam hatte zunächst mal keine Seele. Aber wir sind einzigartig. Aus all den Geschöpfen, die Gott erschaffen hat, sind wir einzigartig, weil Gott uns eine Seele, einen Geist gegeben hat. Gott liebt dich. Was nützt es einem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt. An dieser Stelle vergleicht Christus den Wert unserer Seele mit dem Wert der ganzen Welt. Das ist ein Geist, was wir gedanklich gar nicht ermessen können. Wie kann man den Wert der ganzen Erde ermessen? Deine Seele ist mehr wert als der teuerste BMW, der je gebaut wurde. Und auch mehr wert als der kostbarste Rolls-Royce, der rumfährt. Deine Seele ist mehr wert als alle Immobilien in Essen zusammengenommen. Deine Seele ist mehr wert als alle Euro dieser Welt zusammen. Hast du eine Vorstellung davon, wie wertvoll deine Seele in Gottes Augen ist? Deine Seele ist mehr wert als der Wert der ganzen Welt zusammen. Gott liebt dich und Gott liebt dich. Jeder hat dich einschaffen. Du siehst, viele Menschen arbeiten in der Leben für Dinge. Siehst du, viele Menschen arbeiten ihr ganzes Leben um Dinge zu besitzen.